Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren OMSI 2 Let's Play. Naja, ich stream wieder dabei, ihr seht den Chat da. Alles gut. So, wir fahren heute die Linie 66 auf Städte-Dreieck mit den Solaris-Ubino 18, also Gelenk. Ja. So, endlich wieder Städte-Dreieck. Jo, hi, welche Map Städte-Dreieck. So, gut. Wollen wir auch nicht lange zugern, machen wir Hiespfeile schon mal an, ne? Alles aufgerüstet ist schon. Rote Schrift machen wir an. 0,3 haben wir noch. Gut. Sayonara, ne? So. Halleluja. Und Abfahrt. Falls ihr euch wundert, der Plan ist hier irgendwie verrutscht, kann man so sagen, ne? Ha. Cheat ihr. Licht können wir auch mal anmachen. Ich wollte gerade sagen, bin falsch abgebogen, das sah eben so komisch an. Oh, moin, Niklas. Ich bin so lange kein Solaris mehr gefahren. Ne. Aber doch wieder erkannt. Oder wie sagt man? Das macht denn der Kollege? Alter Schwede. Wenn ich der Kollege wäre, naja. Kurze Info, weil wir jetzt im Video sind, ähm, der TS ist gerade nicht verfügbar, also wird auch nicht mehr verfügbar sein. Tut mir leid für die, die auf den TS wollen. Ne. Wisst ihr jetzt Bescheid? Ne. Du musst in 20 Minuten mit deinem Hund raus. Jo. Dann ist alles okay. Gucken, wie lange, äh, das hier dauert. Denke auch mal so um die 20, 30 Minuten. Aber egal. Wir machen das hier schon. Lötte Straße. Ist hier schon wieder 30er Zone gewesen? Oder träum ich nur? Jetzt haben wir wieder voll Plus gekriegt. Fidget Spinner Fleck. Hi. Das ist automatische Niedling. Ich hasse es einfach. Wie die Pest. Und es will mal keiner einsteigen hier. Och. Menschenskindersee. Ne. 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 Mein Gott, Walde. So, wir machen hier mal den Event Ticker kurz aus. Da das im Video nicht so schön aussieht, kann man sagen. Ich wollte es eigentlich als erstes raus machen, aber gut, ne. Wir warten, wir warten. Die Zeit geht ab. Ein Schluck trinken dazu, ne. Anstoßen. So, um weiter geht die Bilder fährt. Immental. Immental. Hi, was machst du? Was hast du für ein System? Und welcher Hardware? Ich habe Windows 10 Hardware, weiß ich gar nicht. Ich kann ja so sagen. I5 habe ich drinne. Und ne. NVIDIA GeForce GTX. 745. Und es läuft alles ganz okay. Außer dem Teil eben. Naja. Aber das ist nur, wenn ich so streame. Habe ich das Gefühl. Dass die FPS weiter runtergehen. Aber hier geht das ja alles gut. Ah, der Bot ist noch immer falsch. Was da steht, ist, na klar, kein Deutsch, ne. Bot muss Deutsch lernen, war letztes Mal das Thema, ne. Hallo. Hallo. Komm, Frau Vor. Ja, ich muss da rein. Da komme ich doch niemals rum. Lass mich eigentlich verarschen. Mann. Die KI von oben sehen. Junge, Junge, Junge. Was meinst du mit Minecraft? Warum sie fällen 2000? Wir haben wieder Verfrühung. Jo, man kennt es. Okay, wie viel FPS? Äh, 30 FPS. Aber es ruckelt überhaupt nicht. Nein, mein Quatsch spiele ich nicht. Sorry. Hallo. 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 Mann, Mann. Ich habe hier ja sogar eine Rollstuhlrampe. Aber die kann man jetzt nicht ausklappen, oder? Äh, wegen der Tür. Da will sogar ein Rollstuhlfahrer raus, oder was? Und wir blinken jetzt das Rollstuhlzeichen. Verstehe ich nicht. Normale Türen hier auf. Geht das weg? Nö. Dann weiß ich auch nicht. Nur weil ich jetzt die Rollstuhlrampe betätigt habe, oder? Warte mal. Die darf doch nicht wahr sein, oder? Ist ja irgendwie eins gegen Willi, oder? Und der Kollege hat schon Angst. Moin. Wie sind die Einstellungen? eigentlich ganz normal die standard daumen sie einstellung kann man so sagen ganz normal stimme fragt ab man kennt nach schön still hier zu stellen der alex die party gemacht manfred senkt sich der bus ja bestimmt wieder ab wenn alex jetzt das weiß wir haben noch im bus darüber gesprochen gestern alter der solaris kommt aus welcher stadt kommst du ich komme aus seebetal das ist in der nähe von hamburg eine halbe stunde merkt jetzt auch schon der bus braucht länger zum hochpumpen ja manny ist halt schwer ne maps das ist die map städte dreieck ja 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 so ist steht wo wir im guten fall gar nicht aufgepasst aber richtig na ja ja halex wir haben darüber gesprochen das war ein bisschen der bordstein ich sage ja nur ein bisschen ist ja noch der facelift der hing aber richtig und schaukelte wie so ein schiff der grün kommt jo leute leute von heute bitte spandau wir fahren heute noch mal städte dreieck morgen ich weiß ja nicht wie die fps in spandau ist vielleicht morgen im stream gucken wir dann mal ich habe es heute mit dem board steuert hallo und schönen guten tag wo ist der manfred kennt ihr manfred hallo jeder muss manfred kannst du mal gesicht kannst du mal die omi ins gesicht gucken wussten die omi dahinten hallo hallo ich bin der tümpchen hallo blöööö wir haben durchfahrt noch ist gelb kann man so sagen jetzt ist rot gewesen sind wir aber noch rüber gekommen und dass sie gefahren sind also hallo wenn man mal aufs handy guckt ist na klar grün steigt 2 ja du stehst sonst ein bisschen im weh, naja kann er sein mach das ich nicht mehr es ist auch scheiß egal es kommt doch keiner rauf auf dem tls und soll ich ihn dann weg machen ich weiß auch gar nicht wie ich komme ja selbst nicht mehr rauf habt ihr nicht gehört nein bis wann machst du ich mach wohl bis 21 uhr 30 oder 21 uhr 15 tut mir leid hallo hallo vergesse mal bei dem bus die ansage weiter zu schalten wie die peste ein schluck trinken hier brauchst du nicht vip dann ist es erledigt ja kein geld tut mir leid du bist denn echt äh nein bin ich nicht ach rühmchen ey ähm bin ich nicht noch nicht kommt aber die zeit dantziger straße zugang zur justizvollzugsanstalt hallo hallo dantziger straße guten tag was mit youtube mann ich hab noch kein konto so gesagt und das geld pro monat also wir werden jetzt den musik bot ab und mit spenden nehmen wir die spenden geben für den musik bot aber den werden wir jetzt kündigen und dann läuft das alles besser dann werden die sachen für dlc ist unsere musik es war jetzt auch nur probe so gesagt mit musik bot und so ja ja guter herr jetzt ist na klar grün wieder da willkommen zurück glatze der helden laupt nahe hauptbahnhof jetzt ist grün gehst du muss ich gucken erst mal wird hafen city gekauft ja die aufnahme läuft was ist mit dem versionen keine ahnung du kannst du mich grüßen coco style grüße dich ah komm das hat jetzt keiner gesehen oder so hauptbahnhof steigt 3 meine stimme ist heute richtig scheiße ok ich fahr am liebsten hoff ich fahr am liebsten hof hin und naja und facelift und so geht her ist wieder bei dir nee geht es geht wieder nicht geht noch nicht steigt drei hätten wir da hinten ein bisschen laufen kriegen wir die verfrühung auch noch weg rums macht das jeder gang mal schlank oder hallo wie war das sprichwort alter bei manfred senkt sich der ganze bus mal wieder ganz anders weil manfred oder manfred nicht so prickelnd jetzt beschleunigt ja auch ganz anders wo müssten wir hier nochmal lang links da ist meine alte stelle lache straße lache straße lache straße eine minute verfrühung hier was soll sowas kann man hier nochmal schön spielst du manchmal bbs ja ich wollte dazu auch mal ein video machen stimmt tut mir leid ich hab's ganz vergessen es kommt jetzt morgen das video von den streamen hier raus also wir sind ja noch dabei genau 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 739 und 783 schade dass man das dashboard hier nicht verstellen kann schade schade wäre schön gewesen das kommt bestimmt auch noch irgendwer wird das erfinden also irgendwer wird das einbauen hier sind wir gar nicht der ich fahr den betrieb vv ok da sind wir morgen schreiben wir geschichte ja na gucken was wird da draus wird aber leicht sein der geübt hat außer wenn vv krank ist morgen dann nicht wird da sein bus hängt gleich links manfred lässt grüßen mohoi hallo hallo er hat gesagt immer adu alle ihn kennen aber er nicht sein bruder der kennt mich nicht das ist halt sein bruder kann man nix machen und grünen ab in zwei wochen geburtstag hey day hey einen schönen guten abend moin moin aus dürren wünsche ich dir auch einen schönen guten abend ne knöchelstraße der bus beschleunigt so jetzt wie eine lahme ente hab ich das gefühl da komme ich lasse ich vor weil ich so nett bin du auch noch ja digga da fahrer hallo 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 tut es halt um sie das war mal machen ich denke mal ich muss die zweite auch noch bedienen ich bin voll mercedes stimmung hier da im mezzettos Sooo, wir müssen rechts. An dem Straße ringen. Ich konnte es vergessen. Guten Tag, ähmchen. Wer sind wir eigentlich hier? Ach, der Busfahrer ist überliegen. Haben wir kurz gewechselt. Was kommt denn jetzt runter? Oh, der sich mal traut, da rechts vorbeizufahren, ey. Da ist die KI ja manchmal... Naja, ne? Digger, hier ist 50, du schlägst hier mit 30. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Mein Onstrand lässt grüßen, ne? Oh, wieder alles. Mannfried steigt aus, der Bus geht hoch. jetzt gibt der bus auch schon wieder mehr gas so schön wenn manfred draußen ist mann 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 wenn ihr irgendwelche fragen habt stellt sie im chat ne das dürft ihr gerne machen hey warum fährst du denn nicht lack gesoffen oder was muss ich dich jetzt ernsthaft überholen oder diese karriere die machen wir zu schaffen hast du morgen schule ja habe ich hab mal gerade mein handy sauber gemacht die hülle muss ja auch mal sein ja muss auch mal sein ich hab gar keine hülle hier drum schule sinne ja gut warum läuft er denn einfach über die straße finde ich ok kein zipperstreifen nix aber er läuft über die straße so lange kein solaris mehr gefahren dass man schon gar nicht mehr wo hinten und vorne ist weigelstraße weigelstraße das gute bei den solaris ist dass der auch wenn es ein berg runter geht retardert wie eine sau kann man so sagen das ist schön und zitao lässt dann laufen es war so klar dass dann die ampel grün wird ne aber man kennt es ja schon wenn oben sie jetzt mal wieder wo fährt der schal wieder? jo dann fahr doch aus was denn los? sorry dass ich so viele bordsteine heute mitnehmen oh man fritt die fette sau sorry aber das musste mal sein hallo oh wie langsam manchmal fahr ich zu wahrscheinlich das ist auch gut finde ich schönen guten Abend ja schönen guten Abend Julian der Bus sieht toll aus finde ich auch irgendwie naja aber mir gefällt hat nicht mit den Strangen hier kann man so sagen geteilte Windschutzscheibe guten Abend Hendrik man die die jungen ohne einen hohen manfred der wusste tun durcheinander hallo moment moment was braucht jetzt noch länger manfrieden macht der wartet hier auch mal leid kollege darf ich vor bestimmt oder wie geht es mir geht es gut danke dir das habe ich jetzt gerade nicht so eingeschätzt und fährst du ich fahr zum donnerheim kann man das so sagen man hat auch solaris gelingt ja ich weiß die neuen ah der bremst nicht weil manfred so fett ist mann 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 ja ich hab gar nicht dran gedacht dass hier die nächste haltestelle ist Noch ein Mann, Fred, nein. Nein, wo soll der Bus noch hin gehen? Guten Tag. Oh Gott. Jetzt geht der Bus gar nicht mehr hoch. Na gut. Barbarossa Platz. Jetzt schwenkt der hier auch schon so hin. Das ist auf dem See. Jetzt sind wir erst bei 50. Wir wären jetzt schon bei 50, wenn Manfred nicht eingestiegen wäre. Lass mal rollen bis dahin. Bisschen retordernd. Ich wollte noch über... Ich bin drüben. Keiner kann sich beschweren. Das war der Bus, nicht ich. Ich habe schon mal mit Solaris Gelenkbus gehofft. Ich bin auch schon mal mit Solaris Gelenkbus gefahren von... Äh, nee, Solobus. Das ist rein elektrische gewesen. Die neuen, wisst ihr doch, ne? Haben mich hat auch neue gekriegt. Ich weiß nicht klar, dass die auch Sinne haben hier. Okay, ich habe mal eine Frage an dich. Warum hast du den AI-List ausgesucht? Keine Ahnung, das ist die Stand... Standard AI-List, die da drin war. Guten Tag. Manfred, die dicke Sau, aber echt. Ist noch ein Manfred dazu gestiegen? Nee, jetzt ist er doch höher, oder? Ja. 1A jetzt. Mit 3 Minuten Verspätung. Egal. Das sieht immer so schnell aus, wenn auch mal ein Gelenkbus Gas gibt. Aber eigentlich ist es halt gar nicht schnell. Das ist nur das Heck, was dann nach oben kommt. Ich bin letztens, äh... SEV... Okay. Oh, cool. Ähm, Lilus, da wollte ich nochmal ein Video zumachen. Bitte nicht alles groß scheinen, Tobias. Tut mir leid, Nightboard ist Nightboard, ne? Am Kreis. Ich bin noch nie hier, äh... Manfred kann laufen, er war echt... Ich bin noch nie hier hochgefahren. Ja, Manfred ist jetzt auch ausgestiegen. Wollten die noch mit? Tut mir leid, müssen wir den nächsten nehmen. Digga, gibt's hier keinen Powerknopf, ich muss hier hoch. Silberstiegel. Ja, da töft mir nicht weiter. Aufnehmen tue ich schon 41 Minuten. What? Naja, shit egal, ne? Und streamen tun wir 1 Stunde 22. Und ich seh die Ampel nicht. Na, jetzt ziehe ich's. Und Green. Ich wollt grad sagen, wo muss ich denn lang? Stimmt, da war doch was. Ich muss gerade raus. Ich bin noch nie hier runtergefahren. Könnt ihr euch das vorstellen? Bestimmt nicht, oder? Hallo. Also diese Richtung sagen wir so, ne? Oh, Manfred ist schon wieder eingestiegen. Ahm, danke, dass du mich auf Instagram abonniert hast. Ja, kein Problem. Wenn man mal nett fragt, ne? Dann kann man das auch mal machen. Bin ja nicht so, ne? Ich fahr hier immer noch 30 mit 3, äh 3 Minuten. Verspätung will. Hallo. Na, wie lange will die Schiete da noch hinten aufbleiben? Ey, mehr fährst du da? Ich fahr Städte-Dreieck. Ach, jetzt hab ich automatisch die Tür hinten neu gemacht. Stimmt. Das wegen ist das offen, ne? Donnerheim, Endstelle. Ah, schön überland jetzt hier, ne? Schön, schön. Wie weit ist das noch? Das ist jetzt die... Endst... Naja, jetzt kommt die Endstation. Ich fahr jetzt hier noch hoch und dann das Endstation. Geiler Weg, oder? Oder soll er es erst mal zu kämpfen? Oh, fuck. Ich hab dran vorbeigefahren. Jetzt haben wir jemanden hinter uns. Scheiße. Was mach ich jetzt? Gibt es da hinten noch eine Straße? Äh, ich hoffe ich... Das ist jetzt die letzte Rettung. Nein! Doch! Gibt es. Na klar. Oh, bin ich gut? Gibt es noch eine Straße? Sorry, sorry. Ich geh jetzt duschen. Jo, wünsch dir noch einen schönen Abend, ne? Ich komm auf den TS. Der TS geht leider nicht. Ähm, auf einer anderen Karte werde ich nicht fahren. Muss ich jetzt hier rechts, ne? Also... Pein hier. Ja, eigentlich hätten wir da... schon rein müssen. Wie machen wir das denn jetzt hier mit den Drehen? Sorry, sorry, sorry. Okay. Klares in Action hier. Nach Viterien einmal. Hey, ich hab den Rückwärtsgang reingemacht. Ich hab VIP, okay. Ich nicht. So. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht von dieser Omsi-Folge mit Stream dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Wann ihr dieses Video guckt, ne? Stream ist noch dabei, ähm... Genau. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, so wie auch ein Google-Konto. Bis dahin, euer Sehvital. Let's Player. Tschü 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 tschü. Tschüss.